Ich habe immer noch saukalte Finger, bin aber jetzt mit der Triangel bewaffnet. Also Cut oder so ähnlich, zwei von Gratis probiert. Ich habe immer noch saukalte Finger, aber jetzt mit der Triangel bewaffnet. Ich habe immer noch saukalte Finger, aber jetzt mit der Triangel bewaffnet. Ja, es geht oder was meint ihr? Ich habe immer noch saukalte Finger. Ich habe immer noch saukalte Finger. Ich habe immer noch saukalte Finger. Ich habe immer noch saukalte Finger.